Mir wurde gesagt, dass du angekommen bist. Du kommst von der Terrasse im zweiten Stock aus rein. Von dort erreichst du dein Ziel. Äh, na dann. Wie lange beobachtest du mich schon? Verstehe. Ja, vor allen Dingen. Hier wurde gesagt, dass ich angekommen bin. Wie soll sie das denn in Erfahrung gebracht haben? Hier ist doch gar keiner. Okay, komm, wir gehen runter. Abseien, abseien. Erstmal richtig schön morgens ein abseien. So. Hier ist eine Höhle. Ja, das sieht gut aus. Unauffällige Taschenlampe. Und Loot. Wir nehmen alles mit. Da kommen wir wahrscheinlich so jetzt erstmal nicht rein. Oder kann ich da vielleicht meinen kleinen Nischt schicken? Ah ja. Ablenken? Nee. Streiche? Nee. Okay. Wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus. Wenn du mir einen schönen Mädchennamen nennst, nennen kannst, dann bleibt der nächste Prime-Sub bei dir. Sam, ich habe einen wunderschönen Mädchennamen. Äh, bist du, bist du, kriegst du gerade ein Kind oder was? Ich weiß, wenn ich dir den Namen sage, dann wirst du dein Kind auf jeden Fall so nennen. Deswegen, ich möchte dich da auch nicht zu sehr beeinflussen. Aber ich, ich droppe ihn. Der wunderschöne Mädchenname lautet Gundula. Was hältst du vom Gundula? Alter, hier Doppelpenetration. Nice, nice. Oh, das war gut. Einer hat Nischt gemacht und ich habe den anderen. Larsine. Wieso? Ach Gott, wieso? Hä? Gundula ist übelst im Kommen. Ich habe das vor ungefähr sechs Jahren gesagt. Leute, glaubt es mir, der Schnauzbart ist bald wieder in. Alle haben mich ausgelacht. Du kannst auch direkt, Gundula, sage ich dir auch in sechs Jahren, Gundula, der Kracher. Glaub's mir. Sina finde ich schön. Ja, Sina ist auch ein bisschen altbacken, oder? Weiß nicht. Das Problem ist halt, wenn man so, darf ich hier überhaupt reinlaufen? Oha, ein Befehl gewünscht. Befehl Lümmel. Ein Counter, der zählt, wie oft Lassi schon ein Lümmel war. Mit sinnvollem Timeout. Ausgabe sowas wie Lassi ist ein Lümmel. Das erkennt der ganze Chat zum x-ten Mal. Oder so ähnlich. Oha, das muss ich mir jetzt einfach mal screenshotten. Drei Start. Das habe ich doch nachher alles wieder vergessen. Hunderttausend hast du für einen Befehl ausgegeben. Okay, ich hätte die auch kostenlos eingerichtet, aber okay, okay. So, warte mal, ich speichere mal ganz kurz. So, aber schöne Idee. Schöne Idee, du kleiner Lümmel. So, nice. Ist verewigt. Erstmal als Screenshot. Sehr gut. Annika, auch nicht schlecht. Also zur Zeit heißen doch alle Kinder, heißen doch Pia, Mia, Lia, Fia, Fia, Lia. und Gundula. Datenblog lesen. Ah, guck mal. Wer ist Jinjo Blog? Folgende Nachricht empfangen. Ich möchte meine Versetzung beantragen. Ich habe Gorak viele Jahre lang treu gedient und wiederholt verlauten lassen, dass ich für eine neue Herausforderung bereit bin. Ich mache alles, nur damit ich nicht mehr von dieser, von dieser rostigen Tür stehen muss. Mit freundlichen Grüßen, Jinjo Blog. Ich habe keine Ahnung, wer dieser, äh, Schlickwühler ist, aber er muss auf seinen Platz verwiesen werden. Ich stufe den so bald wie möglich runter. Wow. Also irgendeinen Bodyguard hat hier. Ne. Diesmal spielen wir nicht mehr. Nein, nein. Nee, nee. Ist das der da? Ist das der unzufriedene Bodyguard? Ach, da sind halt viele. Oder Türsteher. Da sind halt viele. Lass mal hier rein. Lass uns mal hier rein. Schaut ihr heute besser nicht zu. Muss ich das Spiel selber erkunden. Das habe ich Mark Hammer so oft schon gehört heute. Wird Zeit, dass ihr euch das Spiel kauft und selber spielt, dass ihr wieder hier mit am Start seid. Ich habe ja gar keine Zuschauer mehr, Mensch. Chat komplett leer. Ausrufezeichen Spiel, da könnt ihr es euch günstig kaufen auf Instant Gaming. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 26% günstiger. Ich glaube, für Xbox gibt es das da auch. Ich habe hier mal ein bisschen geklaut. Ja, selbstverständlich. Danke an alle. Vorschläge notiert. Sehr gut, sehr gut. Oh scheiße. Ich muss da angreifen. Greif an! Greif an! Schnell! Greif doch an! Okay, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Problem ist halt, wenn die mich jetzt erwischen, habe ich glaube ich wieder ein Problem, oder? Ich habe gescannt, da vorne sehe ich einen kleinen Shadow. Siehst du den weißen Shadow? Lass mal hier lang. Alter, Schatz kam mal gelootet. Oh nice. Lass dich nicht erwischen. Ja, ich arbeite dran. Was ist denn das hier noch schönes Mensch? Da kommen wir doch aber durch, oder? Moment nochmal, ich versuche es nochmal. Das sieht aber sehr, sehr obvious aus. Wie komme ich da durch? F? Vielleicht kommen wir da nachher einfach wieder raus. Okay. Vorsichtig. Wo ist denn der? Ach, da vorne ist er. Oh no. Oh no. Er hat mich fast gesehen, Mensch. Alles gut. Da vorne sind auch wieder ein paar Giechners. Oh, was haben wir denn da Schönes? Nix. Da drüben. Wir lassen einfach hier unseren kleinen... Oh, ist der süß. Wir lassen einfach ihn looten. Siehst du das hier? Da habe ich jetzt was... Das Gruptuch gesammelt. Fünf von acht. Und sobald wir acht von acht haben, schalten wir neue Fähigkeiten frei. Also so funktioniert das Spiel hier. Durch Erkunden levelst du quasi automatisch und kannst dann deine Eigenschaften freischalten. Was ziemlich cool ist. Oh, das ist eine Cam, Leute. Scheiße. Ich glaube, ich bin auch im toten Winkel, oder? Da ist die Cam. Ah, scheißen Dreck, ey. Hast du was, Kleiner? Das Problem ist halt, der sollte mich nicht sehen. Oh, nein! Tja, das ist jetzt natürlich ganz schlecht. Oh, shit. Oh, no. So. So, bisher hat mich noch keiner erwischt. Wir machen das, glaube ich, ganz gut noch. Aber einer kommt noch. Da nämlich. Komm schon. Greif ihn an. Greif ihn an. Okay. Na gut, nex. Hol sie dir. Okay. Alles gut gelaufen. Mission Fade. Nein, ich wurde noch nicht erwischt. Alles ist gut, Leute. Alles ist gut. Kann ich die doch aber jetzt ausschießen, oder? Ich weiß noch nicht genau. Grafik ist tiptop. Kannst du nicht meckern? Ich weiß nicht, wie es auf anderen Systemen läuft. Ich habe hier wirklich so einen Monsterrechner, Leute. Aber, äh. Ja, müsst ihr euch mal schlau lesen. Vielleicht ist es ja was für euch. Was sind denn das für Kartonköpfe? Ja, das sind die Goraks, ne? Die kleinen. Hier ist wieder die Cam. Die muss man doch irgendwie auch ausschalten können, oder? Ach, hier kommen wir auf jeden Fall drumherum. Das ist schon mal gut. Ah ja, hier machen wir das aus. Das ist gut. Nice. Shortcut ist da. Kamera ist aus. Okay. Wasser können wir nicht hochklettern. Das kann doch gar nicht sein. Okay. Okay. Was dahinter sieht mir auch so aus, als könnte man da reinkommen. Aber gut. Fluchtweg ist frei. Wir müssen nach oben. Da können wir aber wirklich hoch, oder? Ja, natürlich. Klar. Aus Interesse, gibt es eigentlich Blut im Spiel? Boah, das habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Ich glaube, das Ding ist, unser Phaser oder Laser oder was auch immer, mit was wir da rumschießen, brennt direkt ein Loch rein. Das heißt, die Schusswunde wird unmittelbar verödet und dann, was soll ich sagen? Siehst du kein Blut mehr? Also, ich weiß es nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Okay, ich schloss es auf. Ich muss mal hier reingehen. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Nee, nix da. Okay, okay, okay. Ah, make sense. Muss ja auch nicht immer Splatter sein. Aber ich weiß es wirklich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Oh, da ist unser Ziel. Da müssen wir rein. Ja, unauffällig mal runtergestiegen. Was ist denn das? Turbolift rufen? Ja, das mache ich mal. Turbolift rufen ist nie eine schlechte Idee. Ja, nicht, dass hier gleich einer kommt. Hier, hol mir das mal. Es ist so toll, dass ich diesen kleinen Wuffelknuff überall rumschicken kann. Das ist toll. Eisen, mhm. Na, Turbolift hängt irgendwie noch fest, glaube ich, oder? Ach, oben ist der. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Der Wuffel ist mega süß. Der heißt Nischt. Also Nischt ist sein Name. Naja, guck mal. So funktioniert. Oh ne, oh no, oh no. Lass dir von Nischt dabei helfen, interaktive Elemente in der Nähe zu finden. Ja, ich weiß, aber Scheiße, da oben. Ja, so ist gut. Nischt muss das machen. Danke Nischt. Achso, ich dachte, ich muss hier drauf, dass er hochfährt, aber er fährt runter. Das ist auch nicht schlecht. Ist er jetzt ganz unten? Ja, das könnte sein. Aber wir können ja einfach hier drauf stehen bleiben vielleicht. Jetzt machen noch mal an das Ding. Geht nicht mehr an. Muss ich unten rein? Kann das sein. Ist out of order. Ich geh mal wieder runter. So. Oh, das gibt Volldamage. Hä? Moment mal. Ein pfiffiges Rätsel habe ich hier erspielt, Leute. Was machen wir denn jetzt? Hm. Warum bekomme ich Werbung auf Spanisch? Ja, Sam, ich glaube, das hat mit Gundula zu tun. Gundula war ein spanisches beziehungsweise mexikanisches Reitpferd. In Red Dead Redemption 2 habe ich mein Pferd auch Gundula genannt. Ich denke daher. Da wurde der Bezug einfach hergestellt, weißt du. Achso, jetzt gehen wir hier durch, ne? Okay, alles gut, alles gut. Ich glaube, das ist falsch. Hier kommen wir jetzt wieder nicht weiter. Oh no. Was mache ich denn jetzt, Leute? Ha. Da geht es auf jeden Fall hoch. Schau mal. Ah, okay. Ich habe es gespottet. Ich habe es schon gespottet. Ich habe es schon gespottet. So, hier lang. Klettern, supi. Ich habe es gerade gesehen. Sehr gut. Dann hier hoch. Da längs. Spielt sich, du meinst, Starlars? Meinst du Starlars, Mutsche? Spielt sich sehr gut, die Starlars. Alter, das sieht auch aus wie ein Säurefass. Ey, komm, wir gehen da trotzdem rein. Hier nochmal kurz Loot einsammeln. Natürlich. Ich hätte als Entwickler da auch was versteckt. Strahlenbeschleuniger, nice. Starlars, Outlaws. So. Wir müssen natürlich den Ring auch versetzen. Wir haben ja hier den Oberbabu geklaut. Also, was haben wir hier? Da ist eine Konsole, die muss nichts auf jeden Fall mal... Ach, das ist... Halt das mal für mich, ja? Eine Rolltür. Okay. Okay, alles klar. Sorry! Äh, tut mir leid, ich wollte nicht auf dich schießen, aber, ja... Der Finger war schneller. Jetzt kommen wir hier rein, können da nochmal ordentlich looten. Sehr gut. Da können wir nicht weiter. Komm mit hier, mein Kleiner. lieber schnell durchrechten. Wer weiß, was da passiert. Das sieht mir sehr dunkel aus. Da ist aber auch nichts mehr. Boah, ich weiß nicht, ob wir jemals den großen Wurf landen. Moment. Aufwärts. Ich muss nochmal hoch kurz. Mach's gut, Fauli. Hau's rein. Das ist aber wirklich schmerzhaft hier. Soll ich mich mal healen? Hier geht's weiter, Leute. Oh, Schloss knacken. Wie knackt man Schlösser? Für alle, die es nicht wissen, man muss natürlich genauso drücken, wie das Geräusch zu hören ist. Im selben Rhythmus. Lasst euch nicht davon irritieren. Wenn du klickst, bewegt sich alles, aber du musst trotzdem im selben Rhythmus weiterklicken, wie du es jetzt hörst. Ich demonstriere euch das noch einmal auf Anhieb. Werde ich es jetzt schaffen, oder? Bap. 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 Wunderbar. Okay. Wird aber auch echt schwierig. Langsam hier, du. So einfach wird das hier nicht. Jetzt sind schon drei Piep-Geräusche. Okay. Aber hier kommen wir jetzt auch wirklich nicht weiter, oder? Plaschi hat es erkannt, genau. Hm. Ach ja, so geht es natürlich auch. Okay. Einmal rüberschwingen. Wo ist das Laserschwert? Das kommt noch, Rino. Das kommt noch. Rino letztens habt da und hat jetzt vielleicht sogar ein Drop bekommen. Loot Drop für Sub. Support das Streamer-Programm. Vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Ja, Laserschwert, das werden wir wahrscheinlich früher oder später finden wir das noch. Da mache ich mir jetzt noch keine Sorgen, glaube ich. Alexa, stopp. Alexa, hatte ich lieber Rino. Aber diese Energiebarriere könnte ein Alexa, stopp. Ich darf die Namen nie wieder... Hör auf jetzt. Roll ein. Also. Unfassbar. Äh, Maustastatur oder Gamepad-Spiel? Ich glaube, Gamepad ist wahrscheinlich angenehmer, aber da du hier auch schießen kannst, bevorzuge ich Maus und Tastatur. Aber ich glaube, Gamepad ist hier das Mittel der Wahl für Leute, die nicht so kacknubig im Controller-Management sind wie ich, sage ich mal. Also, ich würde auf jeden Fall tatsächlich wenn du kein Problem hast, in dem Modus zu schießen, die Controller bevorzugen. Obwohl, so viel schießen tust du auch nicht, aber ich will auch nicht spoilern. Aber es ist eher, du bist eher sneaky unterwegs. Kannst natürlich auch, guck mal, hier sind schon Büsche, kannst natürlich aber auch direkt hier völlig eskalieren. Guck mal hier. Ah, schau mal. Nichts ist. Also, das würde auch sehr gut mit Controller klappen alles. So, oh. Eine Heilskette. Also, was die Leute hier liegen lassen, ne, es ist ja Wahnsinn. Tja, das Ding könnten wir zum Explodieren bringen mit unserem kleinen Nischt, aber ich weiß nicht, ob wir nischt. Oh, shit. Oh, no. Oh, no. Ausmachen, Alarm auf. Das ist jetzt natürlich schwierig. Ja, das passiert halt ab und zu mal, was soll ich sagen. Da ist doch gar nix. Alarm ist schon aus, wunderbar. Na, komm herher. Ich glaube, die lassen wir angreifen von Nischt. Greif an. So, dann können wir die schon mal umknocken. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, wo denn? Wer denn? Was denn? Oh, no. Ja, okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Aber vielleicht gibt es Auto-Aim und da kann es auf jeden Fall, äh, man kann Controller am PC anschließen. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Habe ich ja auch. Ja, wir machen mit der Brechstange einfach. Deaktiviere die Energiebarriere. Okay. Nix ist. Du bleibst schön da, Kumpel. Wollte ja Verstärkung rufen, hast du das gesehen? Alter, neue Waffe, oder was? Oha. Na, endlich. Das Blastergewehr A300. Ey, das Gewehr meiner Träume. Nice. Okay, wir sollten vielleicht wieder ein bisschen sneaky sein, obwohl, ich glaube, wir haben eh alles Leben schon vernichtet hier, was hier so rumkreucht und fleucht. Ne, das kann man, glaube ich, wieder explodieren lassen, oder? Jagd das Fass hoch. Okay. Aber pass auf. Pass bloß auf. So schnell weg, schnell weg. Er explodiert gleich. War's? Sehr gut. Tja, diese verdammte Cam, ne? Wie weit die auch geht. Ich bin auf jeden Fall in den Busch rein, denke ich mal. Ja, ist klar, ist klar. Sehr, sehr gerne. Natürlich. Also versuch's auf jeden Fall mit dem Controller zu machen. Ich glaube, da wirst du happy mit sein. Wenn nicht, Tastatur ist auch gut. Aber ich glaube, man muss sich ja immer so für das Inputmittel der Wahl entscheiden, bevor man richtig losgeht, weil es ist immer schwierig, Tastatur und Gamepad-Kombination zeitgleich zu merken, weil die Tasten dann doch schon anders sind. Okay, Leute, was haben wir hier? Was siehst du? Hm. Okay, der ist schon mal gestorben. Das ist gut. Ja, sabotier mal bitte. Ey, Nix ist super. Oh, danke, Freeboot. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich muss arbeiten gleich. Oh no. Also, letzte Möglichkeit. Lass gerne einen Zap hier, wenn du den Drop bekommen möchtest. Äh, ich muss gleich Feierabend machen, Leute, leider. Ich muss arbeiten gehen. Deswegen, ähm, bin ich gleich weg. Sicherlich gibt's noch viele andere Streamer, wo ihr das tun könntet. Ähm, aber ich muss gleich los. Ich muss gleich komplett weg. Wir laufen hier mal kurz rein. Aber bleib wachsam. Alles gut, alles ist gut. Mich hat keiner gesehen, oder? Was ist das, ein Fernseher? Scheiße. Sieht gut aus. Das war jetzt natürlich ein bisschen... Ich rufe Verstärkung! Nein! Jetzt geht's los! Oh, shit. Aber läuft alles. Alter, die Waffe ist ja tausendmal besser. Und noch ein neuer Blaster. Ah, das ist doch das A300. Nee, alles gut. So, Alarmanlage habe ich mal sabotiert. Noch vier Tage und dann? Was ist denn in vier Tagen, Hellbunny? Was ist denn los in vier Tagen? Barriere haben wir doch schon ausgeschaltet, dachte ich. Na, da müssen wir auf jeden Fall rein... Hallo, Harzer Roller. Moin! Tja, ist wirklich so ein bisschen der Axt im Walde-Modus gerade. Aber was soll ich tun? Wie kriegen wir diese Barriere aus? Lass uns mal gucken. Ich glaube, ich schaffe das in der Kürze in der Zeit leider auch gar nicht mehr. Oh, no. Oh, was haben wir denn da? Nix, mach das auf. Mach mal auf hier, nix. Ja, dann kommt die vier zu dir. Was? Die vier kann schön wegbleiben, Fräulein. Also, das gibt's doch gar nicht. So. Sind wir jetzt hinter der Barriere? Nee, eigentlich nicht, oder? Hier haben wir auch schon alle umgebracht. Sag mal, wo sind denn jetzt die Barrieren hier, Mensch? Oh, no. Ich mach's einfach kaputt. Dann ist es weg. Ich mach' Alarm aus. Habt ihr das gehört? Da lag ich wohl falsch. Ja, da lagst du wohl falsch. Ich hab' hier nix gehört. Ich lauf' mal zum Marker einfach. Na, da ist wieder diese Barrikade. Lass' mal hier hoch. Ich glaube, eventuell, dass wir... Hier müssen doch irgendwelche Kabel sein, oder so nix. Ich schicke ihn einfach in das Energiegitter rein, den nix. Ah, nice. Ich glaub', dann haben wir es auch. Schau mal hier oben. Okay, ist deaktiviert, Leute. Wir haben's noch geschafft, rechtzeitig. Nein, die Kleinen, wo wir grillen? Wir grillen hier niemanden. Nein, sowas machen wir nicht. Na, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. So, einmal noch. Warte. Ja, manchmal braucht man auch mal ein bisschen mehr. Glück. Okay, Leute. Ich hoffe, ich kann hier speichern. Ich muss leider wirklich los jetzt. Ei, ei, ei. Speichern derzeit nicht möglich. Ja, da bin ich ja mal gespannt, Leute. Mal sehen, wo wir dann landen wieder.